hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi man ich gegen robot heute ja heute mal was anderes wir haben uns mal ein bisschen was überlegt wir wollen eine runde terranor gegen terranor spielen wir machen jetzt drei matches best of three genau dann gucken wir in dem nächsten video wie man wer das beste mmr hat richtig und dann machen wir 50 jahre challenge wer nach 50 tagen das beste mmr hat und dann ein best of five gewinnt theoretisch heute ist der 31 und ja es geht hier ruhig bis zum zwanzigsten in der woche dann wahrscheinlich dann auch noch meinen vielleicht live match machen also live stream mit dem fünf also best of five match genau und wie gesagt 50 tage terranor nichts anderes ich kann daran noch nicht man kann schon seine andere rasse noch nebenbei spielen ja aber halt daran dass er böse ja und ich würde sagen es ist auch verdammt schwer also ich hab daran schon echt ewig nicht mehr gespielt alter du bist viel zu früh da sie dann cheat aus was machst du denn warum kommst du mit ein alter was war das jetzt was wollen jetzt ich bin perplex ich war jetzt geschockt ich konnte ich gar nicht mehr auf münner will klicken das war gar nicht meine absicht weil die muss ja schon zeitig losgeschickt haben jungen 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 mit dir ja ich habe zu wenig gas das ist alles scheiße wenn welches typo von muss jetzt habe ich total verbaut das ist ein zweites typo ja ich bin schon zu lang ich brauche kein marine dann ins depot marina habe ich nicht gebaut ich brauche ein repop ich werde scouten dann repop ich auch schon ich kann das spiel ich nicht mehr so dass und dann noch dieses schönes baum und dann wird sich gleich freuen Fürchte den Tod. Natürlich. Los geht's. Warum nicht? Ja, shit. Nein, der Reaper! Bestimmt schon Cycles oder so, Mist. Cycles? Nö. Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Ich hab nichts Cycles. Ich hab lange nicht mehr gespielt, ey. Nicht Cycles. Ich hab Mule. Mule? Bist du lange? Erweiterung fertiggestellt. Ist doch kein Pingas. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's geboten was du machst. Ah, der muss spornen. Was sprengt da weiter aus? Alter, Terana, ey. Menschen! Anstrengend, Terana. Terana ist anstrengend, das stimmt auf jeden Fall, ja. Weil wir sie noch nie gespielt hätten, wirklich groß. Nee. Weil du die Post brauchst, wie ich gerade. Nein! Oh, ganz schön viele Reaper. Das war nur ein Upper Reaper. So, dann brauch ich das dazu. Ja, das dazu. Nicht genügend Minerals. Gnade nach Minerals. Sagt man das doch nicht. Einfach weiter bauen. Nicht genügend Energie. Weiter bauen. Ungeeignete Landetzung. Nein, nicht da hin bauen. So. Erweiterung. Bibi ist bereit. Ach ja, ich geh schon. Wird gemacht. Bibi, wir kommen nicht! Wird nicht. Wird nicht genug. Der Toast kommt von oben. Wird nicht. Wird nicht. Doch. Natürlich. Nichts, womit ich die Reaver nicht hoch. Wird nicht bereit. Wird nicht. Ich habe es nicht mehr seitlich. Abstand! Und was jetzt? Unterweg! Also ich muss mich noch machen. Und hier hin. Hier hin, du dort hin. Zack. Und dann brauchst du mir ein paar Barracks. Oh, was hab ich denn gebaut? Oder was ist ganz anders geworden? Na egal. Oh, nicht schlecht. Den mal benutzen wir mal. Keine Ahnung, hab ich noch nie benutzt. Nein, ey. Das als Serana, ey. Oh, das sieht dann drauf aus. So, wieder ran. Voll aufgeregt bei dem Spiel, ich weiß auch nie warum. Hm, muss nicht aufgeregt sein. Ich kann das nicht, Serana, ey. Da muss man echt üben. Ahnung, ist da echt, ja. Keine Ahnung. Warum ist das nicht da reingepropt? Jetzt. Ich will eigentlich mal wieder ein paar Marines spawnen. Ein paar DCs. Das. Mal upgraden. Und ein paar. Ach, ziemlich Gas. Das muss ich bauen. Nicht so wenig Gas. Das ist Doppelgas genommen. Doppelgas hab ich auch. Doppelgas hab ich auch. Stau. Das muss man da machen. Lass�만 rein. Lass niemand rein. Wer ist bloikum Gas? Oh, nicht zu teuer. 20MINGnet. ich bin panzer keine panzer um die panzer prognost das wird toll gibt es nicht Nicht genug Minerals, dann baut man Minerals wie ein S-Cobby-Ole. Gucken was du hier machst eigentlich. Es kann losgehen. Ich kann nicht bauen. Ach, ich merkte, dass es da kommt echt lange nicht mehr gespielt habe. Oh shit. Es gibt Sensor Town, baue ich die Dinger irgendwie nicht. Nicht genug Minerals, nicht genug Energie. So, jetzt wollen wir dich mal überraschen. Ja. Boah, das springt. Oh, come on, baby! Hier komm ich! Hier bin ich. Lassen wir's krachen! Oh, das ist echt heftig. Ja, kommen wir gar nicht da her, ey. Kreuze war einfach nur böse, ey. Das ist echt heftig geworden. Ich hab zwar gesehen, dass Kreuze kommt, aber ich hab gedacht, die Marines schaffen das. Ich hab nicht gedacht. Ne, du brauchst die Vikings, glaub ich. Ich weiß es nicht. Kreuze Rush, ey. Das war kein Kreuze Rush. Keine Ahnung. Ich hab einfach gebaut. Dann los, das nächste an hier. Na ja, klar. Dann muss man hier. Standard. Sag stopp für die Map. Stopp. Okay, nehmen wir die. So, Spiel Nummer 2. Best of Free. Wie gesagt, du wirst die E gewinnen. Besserer StarCraft Spieler. Oh, ich hab aber lange nicht mehr gespielt. Boah, trotzdem. Ich wusste, wäre ich gar nicht schlecht fand ich. Oh. Seine Drops. War schon okay fand ich. Hattest du Türmchen schon, das ist doof. Ja, die baue ich dann meistens immer. So, Spiel Nummer 2. Königstrand der E. War das eigentlich? Ja? Good luck, Herr Fun. Braust du nicht, gell? Ne. Du bist. BBS einsatzbereit. Kann nicht nur landen. Kann nicht nur landen. Kann nicht. Kann nicht passen landen. Nur zu. So, ja. Da sind wir heute beim zweiten Spiel. Von unserer Battle Challenge. Mal gucken was das wird. So. Terraner. Hier schon. Terraner Meister am Ende. Ne, das nicht. Muss das mal schaffen, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Das glaube ich nicht. Also ich hab's zu Protoss nicht geschafft. Bis jetzt. Ich bin in hier eins gekommen, maximal. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann mit dem Terraner noch Meister werde. Wenn es einer von uns schaffen würde, ist Terraner eindeutig immer. Das stimmt, ja. Aber wir geben uns Mühe. Also wir werden auf jeden Fall viel spielen der Zeit, denke ich mal. Oh, vielleicht ein bisschen mehr als ich. Gucken. Wenn es einer mehr Zeit hat. Nicht genug Lager. 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 Das Mord. Hey, du sollst abbauen. Ich hab' nicht gescoutet. Ich auch nicht. Shit. Ich muss deinen Scan ausgeben. Ist ja nicht schlimm. Ja, guck mal, wir müssen nicht unbedingt scouten. Mit Terraner selbst. Schniecht es. Ehhhh, Reaper zuerst. Reaper sind wir zuerst. Erstmal scouten, was der Gegner macht. Nicht genug Mineralien, nicht genug des Pin-Gas. Nicht genug Mineralien, nicht genug Mineralien. Shit. Nein. Nein. Gut gemacht. Nichts, womit ich nicht fertig bin. Das Wichtigste brauche ich noch. Safety first. Fürchte den Tod. Abbrückte Kommandozentrale. Fertig. Was ist denn? Oh, fuck, 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 fuck. Wird erledigt. Oh yeah, Baby. Wollte doch nur gucken, was du machst. Oh, das ist alles. Los geht's. Lass mich doch mal schnell gucken. Nein. Nicht genug Wespin-Gas. Das möchte ich nicht, dass du guckst. Nein, halt nicht. Ne. Doch, 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 doch. Hä, das ist ein scheiß Map. Das wurde jetzt, wo du bauen musst, ne? Mh, mal gucken. Was liegt an? Das ist ja noch kein Exa. Ich boh die immer oben. Nein. Erweiterung. Fertiggestellt. Rache. Serviert man kalt. Nicht genügend Mineralien. In Ordnung. Natürlich. Erweiterung. Fertiggestellt. Und rein sneaken. hmmm. Unsere BBFs werden angegriffen. Aha. Schlechte Noir. Eigener Schenk. Zumo zu. Aliens, wie es aussieht. Ich hab' ich Panzer. Machen wir in die Hölle heiß. Ich gehe noch nicht in der Dienst drin an. Los, los, los. So gut wie tot. Ah shit! Ja, das ist echt Gasvergessen anzubauen. Nur zu warten. Und zu wenig Marines. Ich bin eigentlich nicht mehr auf die 4, ja. Ja klar. Ja, die ist so. Nein! Also Stress angeht ist echt gut. Ja, reicht halt auch nicht. Nicht genügend. Den Rest noch meistern. Kommt noch, kommt noch. Machen wir ja die Challenge. Am Ende noch besser zu sein. Oh, das ist echt. Oh, das ist echt. Ihr... Problem zu wenig Müllerreihen hab ich nicht. Was spricht? Der Tod? Fürchte den Tod. Arsch mich doch nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Wo soll ich irgendwas abmarschbereiten? Los geht's. Was fliegt? Wo soll ich irgendwas umlegen? Nicht abgebrochen. Ach, nee, ich jetzt. Nein. Wenn nur die Beweiterin der DEPOS. Ich... ...verweiterin der DEPOS. Ich... ...verweiterin der DEPOS. Was springt dabei aus? Wir kommen nicht! Ich... ...aus wenn es sagten, wer nicht gerne geht. Wir kommen nicht vorher... ...die sind weiterhin Piranha! Ich... WObara sal explodes. Warum sollte man sich nicht medicineisch haben? Na, warte! Ich seh глаза lys! negativity... Ihr mindestens fliegt die Performance. Nicht genügend Mineralien. Abmarschbester. Nicht genügend Mineralien. Wenn wir die Begeisterung nicht genügend Mineralien... Hat's kaum noch erwarten. Durchgeladen und entsichert. Nicht genügend Mineralien. Jawoll! Hat's kaum noch erwarten. BBS 1 uns verweist. Worauf soll ich... Ach du liebst die Dinge oder auch? Welche Dinge? Die ist sie gleich. Wenn sie nicht gesehen hat, ist nicht blöd. Das ist nicht gut. Oh, 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 Breeze. Blick, Blick, Blick! Nein! Ahahahahaha! Hat's überliebt. Abmarschbereit. Wir sind zuborn. Aber ecutechnisch bist du bestimmt so weit, weit vorne, weil das stressen kann ich zwar, aber rundherum das klappt dann nicht. Ich hab gar nicht mehr was für noch Upgrade, ah ja, ich hab dafür noch gar keine Marines Upgrades, noch gar nichts. Weiß ich nicht, ich hab jetzt 3 Bases. Worauf soll ich ballern, Sir? Oh fuck. B.B.F. bereit. B.B.F. bereit. Bereit machen Jungs, B.B.F. bereit. Los, los, los! Bestätigt. B.B.F. einsatzbereit. Ist so ein Türchen drüber, ney. B.B.F. bereit. Abmarschbereit. B.F. bereit. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wirds gemacht. Wie schmeckt euch das? Boah, fuck. Hast gerade einen Vikings gekillt. Ich wollte gucken, wie die explodieren bei dir. Ich weiß, es ist gut angekommen. Wir kommen nicht. Wir können die Entfernung. Er hat die Bräutigke rufen. Watzlo, kreuzeleinsatzbereit. Sie wünschen. Anpasst bereit. Ja, gewinnst du, Bruder. Wie gesagt, ich kann nichts verstressen, aber da vorbeischaffe ich nicht genug anderes zu machen. GG! Das ist eigentlich zwar ganz schön einstrengend. Ich glaube, so weit weg warst du gar nicht. Der Trucy Gamer fragt gerade, wenn ihr gleich noch Empire 1 vs. 1 spielt, würde ich gerne mitspielen. Wenn ihr Lust habt, kann ich jede Rasse spielen. Am liebsten aber Tos oder Terano. Aha. KC! Ja, mal gucken. So, da würde ich erst mal sagen, haben wir unser Best of Free. Fertig. Weil, brauchen wir nicht das letzte Spiel. Richtig. Weil, der Mutibär hat einen Rob ordentlich weggemacht. Ja. Wie gesagt, ich kann besser stressen, aber da rundherum, das passt dann noch nicht. Ja, das hat irgendwie gesagt, aber die Einträge. Ja, aber wenn das dann gut wird, ne? Dann, ne? Das sind Probleme. Das denke ich auch. Ich würde nicht Probleme haben, also. So. Aber unser Best of, der ist ziemlich hoch, würde ich mal sagen. Das ist noch höher als mein Standard. Im Erwurzungslobo? Was? Geht das irgendwo immer im Erdnir? Nee, das ist immer erst in die M&A. Nee, APM mein ich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Spiel. Beim Ranken. Beim Rankspiel, genau. Bis dahin. Also, wir werden es noch wieder zusammen aufnehmen und... Genau. Und dann seht ihr dann jeder, was jeder gerankt ist. Also, bis dahin. Tschüss. Genau, bis dahin. Tschüss. Genau, bis dahin. Tschüss. Genau, bis dahin.